Hallo zusammen zur folgenden Aufgabe. Was ist die Lösung dieser Aufgabe? Benötigst du noch Bedenkzeit, dann klicke kurz auf Pause, gleich gibt es die Auflösung. Kommen wir zur Auflösung. Man könnte jetzt denken, beide Zahlen sind gleich groß, denn die Zahl vor der Wurzel ist doppelt so groß wie diese und die Zahl unter der Wurzel ist halb so groß wie diese. Dem ist aber nicht so. Als nächstes sollten wir erkennen, dass zwischen Zahl und Wurzel eigentlich ein Malpunkt ist. Die 10 kann ich jetzt auch schreiben als 5 mal 2 und damit habe ich bei beiden eine 5 vor der Wurzel. Die 2 ziehe ich jetzt unter die Wurzel, dann muss ich das Gegenteil vom Wurzelziehen machen, also quadrieren. Und jetzt kann ich rechnen. 2 zum Quadrat ist 4 und 4 mal 15 ergibt 60. Bei beiden steht die 5 vor der Wurzel und jetzt Wurzel 30 ist allerdings weniger als Wurzel 60. Damit ist diese Zahl die größere von beiden und somit ist die richtige Antwort Antwort B. Teile niemals durch Null, aber teile dieses Video, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.